Let's play The Evil Within, das nächste Kapitel. Kapitel 4 Der Patient Ölpfützen auf dem Boden können mit einem Streichholz angezündet werden. Dicke Gegner haben mehr Gesundheit. Achte darauf, nicht zu viel Munition gegen sie zu verwenden. Das ist ein Tipp, den ich hätte vorher gut gebrauchen können. Naja. Ja, in der letzten Folge haben wir ja endlich Fetty erledigt. Ich hoffe, das war auch der aus der Anstalt. Ich hoffe, den gibt es nicht in Dutzend billiger. Also ich hoffe nicht, dass da... Ja, der liebe Entwickler doch zweimal ihn reingepackt hat. Oder vielleicht sogar dreimal. Schauen wir mal. Ah, das war Spitz. Ja. Leslie wurde hier vor Jahren behandelt. Er kam her, weil er diesen Ort für vertraut und sicher hielt. Sie wissen, wo wir sind? Dort liegt das Hospiz meines Bruders. Er nimmt uns sicher auf. Das beantwortet nicht meine Frage. Ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich gerade meinen Verstand verliere und Sie nur eine Einbildung sind. Ich glaube, ich habe noch einen kleinen Funken Anstand. Und daher die Pflicht, meinen Patienten zu schützen. Als Mann des Gesetzes gilt das auch für Sie. Hoffentlich ist sein Bruder nicht genauso ein Arschloch. Lassen Sie mich nicht zurück! Uah! Alter, diese Atmosphäre! Ähm. Ja, die Frage ist jetzt, darf ich mich jetzt umsehen mit ihm zusammen? Oder? Ich glaube schon. Gut, dann... Ja, auf ein neues. Ich habe eine Flasche rollen gehört. Schon wieder. Ich höre jemanden atmen. Duckt er sich auch? Da hat sich was bewegt! Ja, bleib doch mal da! Ja! Ja! Alter! Ich höre schon wieder so ein fetter! Aber der ist diesmal wirklich fett. Und der sieht uns, der sieht uns, der sieht uns wahrscheinlich. Ja, der sieht uns wahrscheinlich, der sieht uns wahrscheinlich. Äh! Ich bleib mal hier. Ich schau mal, was er jetzt tut. Ich hoffe, er sieht uns nicht. Also, ich hoffe mal, dass wir ihn von hinten greifen können. Scheiße, er hat uns gesehen. Fuck, 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 fuck. Was machst du jetzt? Ohohohohoho! Alter! Wow! Wow! Yeah! Der hat, glaube ich, ein wenig zu viel gegessen in der letzten Zeit. Wir müssen los. Darf ich mich nicht umsehen hier? Okay, wir wissen auf jeden Fall, dass er sich dann versteckt, wenn Gegner kommen. Das ist schon mal super. Das heißt, wir können uns hier... Oh, bitte lass es Kartenteil 1 sein. Kartenfragment. Nein, es ist Kartenfragment 5. Also, haben wir Kartenfragment 1 irgendwo liegen lassen? Nein. Aber was bringt uns das denn? Wo kann ich denn... Okay, eine Kiste. Hallo? Gott sei Dank. Was? Wir haben das Inventar voll mit den leuchtenden... Mit den Dingsbolzen haben wir voll. Mit den Blitzbolzen. Tatsache. Haben wir voll. Uns fehlen doch noch 20... Ja, Schrott wollte ich jetzt schon sagen, wie bei Alien Isolation. Aber ich glaube... Äh... Ja, Bauteile nenne ich es mal. Es wäre schön, wenn wir vielleicht nochmal ein Medikit finden könnten. Weil dieses große Medikit möchte ich nicht auf Anhieb sofort benutzen. So. Ich fühle mich mit der Flinte in der Hand ein wenig sicherer. Bin ich ganz ehrlich. Nein, ich vergesse dich schon nicht. Meine Güte. Bleib mal locker. Bleib mal cremig. Und ich kann nur jedem empfehlen, der sich dieses Spiel holt. Der jetzt total davon angetan ist. Der, ähm... Sollte definitiv die Kopfhörer auf Vollanschlag haben. So wie ich auch. Denn sonst bringt es gar nichts. Boah, diese Atmosphäre erinnert so an Resident Evil. Das gibt's gar nicht. Tja, da werden wir uns doch mal ein wenig umsehen, bevor ich dahin gehe, wo er hin möchte. So, gehen wir mal... Alter! Wir müssen los. Ich mein... Ich mein, hey, cool. Geil, ey, boah, ey. Ich hab mich mal total nicht erschrocken. Alter! Kann man das sehen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das kann man nicht sehen. Alter! Was war das denn? Das geht gar nicht. Boah, hör bloß auf, ey. Ich brauch gleich... Erstmal ne Adrenalinspritze und ne Paracetamol. Boah, bitte nicht nochmal so ne Kacke. Kann... Die Kiste kann ich nicht zertrümmern, ne? Aber ich kann die Teller weghauen. Und den Topf. Boah, das ist ein Spiel. Boah, das ist ein Spiel. Raus. Und auch immer hinter einem hergelaufen. Ja. Hehe. Ich werde mal die Wurme wegstecken. Und werde mal mit der Laterne gehen. Ich gehe mit meiner Laterne. Mit meiner Laterne mit mir. Dort oben grüßen die Sterne. Und unten grüßen wir. Oh, da hängt jemand. Boah, das ist so fies. Dieses Rumgebaumel. Wenn ich... Wenn ich eins hasse... Auf so ein riesengroßes... Wir haben keine Zeit zu verlieren. Auf so ein riesengroßes Maisfeld... Und du halt einfach mal die Klappe scheiß, Professor. Dann sind es... Vogelscheuchen. Boah, und die sieht doch dabei so eklig fies aus. So, hier ist nichts. Ich weiß, mir steht die Angst ins Gesicht geschrieben. Ach, er war das. Wollen wir dann nicht doch lieber nach links erstmal gehen? Ich glaube, ich gehe erstmal doch nach links lang. Bevor ich jetzt da lang laufe. Weil ich will doch alles... Alles mal gesehen haben. Ich höre was... Ich höre was... Und ich weiß auch, was es ist. Und da ist eine Axt. Die ich mitnehmen werde. Sehr schön. Und ein neuer... Tagebucheintrag. Tagebuch von Sebastian Castellanos. So, Februar 2005. Äh, Mara, 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 Myra, 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 Myra wurde heute Nachmittag fast getötet. Wir haben einen Verdächtigen verfolgt und er hat auf sie aufgesch... Nee, er hat... Und er hat auf sie geschossen. Ach, geschossen. Er hat auf sie aufgeschossen. Und er hat auf sie geschossen. Gott sei Dank war ich in der Nähe. Sie kommt schon wieder auf die Beine. Aber es war unerträglich, sie so bluten zu sehen und das Gefühl zu haben, sie zu verlieren, ohne ihr sagen zu können, was ich für sie empfinde. Ich glaube, sie fühlt dasselbe. Da ist etwas zwischen uns. So viel steht fest. Es verstößt gegen den Verhaltenkodex, aber ich muss sie wissen lassen, was ich für sie fühle. Ich hoffe nur, dass ich mich nicht lächerlich mache. Das ist ein bisschen komisch auch geschrieben alles. Das ist normalerweise, glaube ich, ein 14-Jähriger wird, glaube ich, so schreiben oder 13-Jähriger. Aber doch kein Detektiv. Naja. Es soll ja tolle Sachen geben. Wie viel haben wir denn an Hagel? Das ist 5200. Ich glaube... Nein, ich glaube, ich werde da noch nicht hingehen. Ähm... Ich werde mich erstmal hier umsehen, ja? Was, 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 was? Haben wir jetzt die Frau gerettet? Aber wo ist sie hin? Aber wo ist die Frau hin? Wir müssen los. Ja, jetzt geh mir nicht auf den Nerven. Mein Gott, der Doktor, der nervt aber auch. Oh, ein Schwein. Kann man das schlachten. Oh, Entschuldigung. Oh, lecker Schweinebrot. Oh, lecker Schweinebrot. Oh. Bisschen braun. Brandenburger. Okay, das geht also auch. Haben wir zwar in Streichholz verwendet, aber, äh... Liebe Kinder, bitte keine Tiere treten, ja? Das ist nicht schön. So, hier können wir das Heu anzünden. Wird uns aber nicht viel bringen. Ich frage mich, wo die Frau hingelaufen ist, die wir gerade gerettet haben. Ein herzliches Dankeschön wäre mal angebracht, ja? Wenn wir es schon aus den Klauen... Da hat gerade ein Schwein gequiekt. Wenn wir sie schon aus den Klauen eines Zombies gerettet haben, wäre schon echt ein Dankeschön. Echt super. Aber ich glaube, heutzutage braucht man das nicht mehr. Nö, nö. Es wird total überbewertet. So, Dankeschön. Okay, das scheint da drin eigentlich sehr clean zu sein. Ich glaube, wir werden da mal reinschauen, ein wenig. Und nicht durch die Vordertür gehen, sondern durch die Hintertür. Hier haben sie die Kehle aufgeschnitten. Alter, ist das eklig. Ich bin erleuchtet. Boah, ist das fies. So eine Leichenkammer, das ist ja total eklig. Boah, diese Tür. Na, Professor? Wie geht's uns denn heute? Ja, dann werden wir... Ja, nerv nicht. Gut, dann werden wir mal... Uh, holen Sie. So. Dann schauen wir mal, was uns hier... Hier ist irgendeiner drin. Ich höre ihn. Und hier lacht auch irgendeiner. Was, der Onkel Doktor ist hier? Wie, der Onkel Doktor ist hier. Wie, welcher Onkel Doktor ist hier? Keine Sorge. Der Onkel Doktor ist hier. Keine Sorge. Doktor, nein, nicht. Valerio, ich bin's. Das ist mein Bruder, Valerio. Lesleys frühere Angst. Abziehen. Ja, alles freilegen. Hey, was machen Sie da? Ich bin's. Das ist Ihr Ktor... Es juckt, dieses Jucken, ja, es juckt so sehr. Okay. Wie konnte er Valerio sowas antun? Das Hospiz ist mein Zuhause, Trophäe erhalten. Ich habe so ein wenig, ich habe ein wenig das Gefühl, dass dieser Geist Menschen zum Leben erwecken kann, wenn wir das richtig gesehen haben, weil diesen Kettensägenmann, da war er auch drin gewesen, jetzt in diesem, auch in diesem Fetti und jetzt sehen wir ein Röntgenbild, wo ein Schlüssel im Magen ist. Na toll. Bitte nicht, sag mir bitte nicht, was ich... Nein. 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 Nein, das ist falsch. Da muss ich, glaube ich, hin. Ich glaube... Ich meine, ey, geil, cool. Haben wir denn jetzt den Schlüssel gefunden? Haben wir den Schlüssel jetzt? Ich glaube, ja. Ich glaube, wir haben den Schlüssel gefunden. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, warum mich das jetzt so erschrocken hat. Ja, dann werden wir uns doch hier ein wenig umsehen noch, in diesem Gebäude. Vielleicht finden wir ja noch ein paar Notizen oder so. Der menschliche Körper. Anatomie eines Körpers. So, da haben wir eine Flasche. Die wir auch oben rechts im Bild sehen. Das ist auch eine Flasche. Warum höre ich da draußen schon wieder... Der dämliche Doktor verfeucht uns schon wieder. Warum habe ich schon wieder das Gefühl, dass da draußen schon wieder irgendwas stand? Achso, und liebe Entwickler, bitte mehr von solchen Horror-Spielen. Ich liebe sowas. Das ist total geil. Hat sich der Kauf auf jeden Fall gelohnt. Boah, dieses ganze Knarzen und... Und, und, oh, von diesem alten Gemäuer, das ist so... Ja, gleich. Darf ich mich noch umsehen? Und dann schauen wir gleich nach Leslie. Ja, eine Spritze, eine Spritze. Auf jeden Fall werde ich diese jetzt sofort benutzen. Und damit sind wir sehr gut ausgerüstet, finde ich. Da haben wir die Pistole. Boah, diese... Da ist doch hundertprozentig ist da irgendwas drunter. Das... Das ist so unheimlich. Vor allem sind die auch noch so groß und so förmig, wie... Ja, nicht Menschen, aber so... Gestalten halt. Und hier kann man sich verstecken im Schrank. Ja, toll. Ich glaube, mit dem Professor wird das eh nichts. Boah, diese Lappen. Diese Lappen, die sind jetzt schon eklig. Sie haben uns! Boah, nein! Aua! Aua! Mein Gott! Ich sehe überhaupt nichts! Hallo? Na toll, hat sich die Spritze auch schon wieder erledigt. Komm mal! Ähm... Ja. Was soll ich dazu sagen? Da müssen wir doch ein bisschen anders vorgehen. Die Pistole, die macht aber auch keinen geilen Schaden. Hilfe! Hilfe! Was hat der Junge für ein Problem? Das heißt, wir müssen jetzt alles wieder... Alles wieder aufsammeln. Sehe ich das richtig? Wir müssen sie retten. Wir müssen das Tagebuch wieder lesen. Hätten wir mal... Ja, haben wir schon gelesen. Aber wir müssen sie retten. So, lass sie. Wo rennt sie hin? Ach, sie verschwindet einfach. Ach so. Ich wollte jetzt mal geguckt haben, wo sie... wo sie hingeht, aber sie verschwindet einfach. Man hat sie jetzt gesehen. Natürlich gut geschossen. Blöd Mann. Ja, ähm... Ich glaube, hier war noch was drin, ne? Ja, genau. Schön, dass es kriegt. So, dann war, glaube ich, hier auf dem Tisch die Axt am Liegen. Wenn ich das richtig... Ja, genau. Dann waren wir hier unten drin. Dann kam der Fetti. Ja, der Fetti. Ich werde aber eben mal... Eben mal hier alles einsammeln. Oh, eine Granate. Oh, jetzt auf einmal eine Granate? So, dann haben wir nämlich das schon mal alles hier. Fürs nächste Mal. Dann brauchen wir das nämlich jetzt... Dann brauchen wir das nämlich nicht, äh, äh... Später nochmal einsammeln. So, dann schauen wir uns das Video nochmal an. Können wir ja überspringen. Ja, Gott sei Dank. Aua, aua, aua! Alter, geh sterben! Wieso packst du denn nicht die Schrotflinte aus? Gibt's doch nicht. Ich verstehe nicht, warum er die Schrotflinte nicht ausgepackt hat. Toll, jetzt habe ich Dings. Jetzt habe ich... Meine Güte. Jetzt, jetzt nervt es ein bisschen. Na gut, ich muss ja sowieso gleich da das Medipack nehmen. Ja, der Schlüssel ist da. So, ein Schlüssel haben wir. So, wo war das jetzt mit dem Medipack? Ich glaube, oben war das, ne? Wir brauchen definitiv eins. Ah, ne, in der Schublade war das, ne? Ja, sehr schön. Äh, Medipack. Natürlich nehmen. So. Und jetzt... Das kam von draußen. So. Den Doktor werde ich natürlich nicht mitnehmen in die andere Welt. Denn, dort gehe ich alleine hin und reise auch alleine hin. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich hab's immer gewusst. Scheiße. Schon wieder hier. Ja. Ähm, und somit... Warte, die Türen können wir nicht schnell aufmachen. Okay. Ich sag ja, es wird immer mehr Farbe hier in dem Spiel. Also zumindest hier in diesem Bereich. Hier ist etwas, das sie gebrauchen könnten. Was denn? Wieso kann ich nicht speichern? Hier haben wir erstmal was zu lesen. Missing. Valerio. Vermisst Dr. Valerio Jimenez, Eigentümer des Hospiz in Elk River. Zuletzt wurde er auf einer Fahrt in die Stadt gesehen. Okay. Ich will aber gerne speichern. Scheiße, ich kann nicht speichern. Wo führen Sie mich hin? Sie reden wohl nicht viel. Ein Schlüssel? Wie ein Schlüssel? Hä? Ja. Nee, hab ich nicht. Mit so einem Schlüssel können Sie eine dieser Türen öffnen. Toll. Ihr Inhalt gehört Ihnen. Kommen Sie jederzeit wieder, wenn Sie möchten. Ja, super. Ich würde sagen, wir sehen uns hier nochmal in einer weiteren Folge um. Ich werde jetzt nochmal eben auf die Schnelle speichern. Wenn die Dame mich durchlässt. Ja, da können wir speichern. 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 Sehr schön. So. Ähm. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns da in einer weiteren Folge. Wir haben auf jeden Fall rausgefunden, dass wir da, wenn wir Schlüssel finden, kriegen wir da nochmal Zusatz-Items. Also so Bonus-Items, die wir da, ähm, äh, ja nochmal zusätzlich bekommen, wenn wir Schlüssel finden. Und, ähm, ja, ich denke mir, wir werden da nochmal in einer weiteren Folge uns nochmal ein bisschen umsehen in den Räumlichkeiten und, äh, spielen dann weiter. Und das natürlich alles in einer weiteren Folge. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. To the evil befinden. Also, bis dann. Ciao.